Du hast den passenden Job für dich noch nicht gefunden? Ich bin Friederike und zeige dir heute, wie du deinen Traumjob bei uns in der Hane Holding finden kannst. Das Recruiting-Team der Hane Holding ist für alle Unternehmensbereiche im Einsatz. Auf unserem Stellenportal findest du viele unterschiedliche Stellen, wie zum Beispiel Pflege- und Betreuungskräfte, aber auch in der Verwaltung, wie Immobilienkaufleute oder Buchhaltung. In und um Hannover bieten wir eine Vielzahl spannender Stellen- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten an. So vielfältig wie unsere Stellen sind auch wir. Wir bieten neben einer Menge von Voll- und Teilzeitbeschäftigung auch Praktika, Ausbildungsplätze und Werkstudententätigkeiten an. Schau einfach auf unserem Karriereportal vorbei und finde den Job, der zu dir passt. Sollte einmal keine passende Stelle für dich dabei sein, abonniere einfach unsere Job-Alerts und erhalte eine Information, sobald die Stelle wieder verfügbar ist. Oder lasse dich in unseren Talentpool aufnehmen und wir kontaktieren dich, sobald eine Stelle wieder bekannt ist. Damit deine Bewerbung an der richtigen Stelle ankommt, kannst du unser Bewerberportal, die Expressbewerbung oder den Bewerberchat nutzen. Du kannst uns aber auch eine E-Mail mit deinen Unterlagen senden. Wichtig ist uns ein aussagekräftiger Lebenslauf und eine Telefonnummer, damit wir dich erreichen können. Sobald wir deine Bewerbung gesichtet haben, werden wir dich kontaktieren, um Fragen zu klären oder dich für ein Kennenlernen einzuladen. Die Vorstellungsgespräche finden auf dem Heidehausgelände in Haus 4 statt. An jedem Vorstellungsgespräch nimmt ein Fachentscheider, also ein zukünftiger Vorgesetzter, und jemand aus dem Recruiting teil. Nach dem Gespräch geben wir dir so schnell wie möglich Rückmeldung. Das Vorstellungsgespräch dient in erster Linie dazu, dass wir uns kennenlernen und einen Austausch über die Stelle und deine zukünftigen Aufgaben vornehmen. Unser Tipp, bereite dich gut auf das Vorstellungsgespräch vor und habe Beispiele parat, an denen du uns deine Fertigkeiten näher bringen kannst. Vielleicht gab es in der Vergangenheitssituationen, in denen du deine Fähigkeiten unter Beweis stellen konntest. Die Hane Holding ermöglicht jedem Mitarbeiter individuelle Weiterentwicklungs- und Karrieremöglichkeiten. Auch die unternehmenseigene Pflegefachschule und das Fort- und Weiterbildungsinstitut ZAPP ermöglichen jedem unserer Mitarbeiter zusätzliche Qualifikationen zu erlangen, die sie für ihre Arbeit benötigen. Klingt das auch für dich interessant? Dann bewirb dich hier!